Hallo zusammen, es taucht immer wieder die Frage auf, ich kann den Kühlschrank auf den Kopf stellen und dann funktioniert er wieder. Ja, das ist ein Absorberkühlschrank, also ein Kühlschrank, der mit Gas funktioniert im Wohnmobil. Oder das hier ist das Kühlaggregat aus einer Minibar, also ein Hotelzimmerkühlschrank. Das sind sogenannte Absorberkühlgeräte. Und dann, heute die meisten Haushaltskühlschränke sind aber mit Kompressor, da ist so eine schwarze Kugel hinten drin. Und wenn ihr das beim Kompressorkühlschrank macht, den also auf den Kopf stellen, dann fällt der ja raus. Und das Öl läuft nach unten und wenn ihr den wieder aufstellt, dann sitze ich dann wieder rein. Dann haben wir hier unten einen Ölansaug und der schaut, dass der Kompressor geschmiert wird. Hat also absolut keinen Einfluss darauf, auf die Funktion des Kühlsystems. Wenn ihr den auf den Kopf stellt und irgendwas macht. Beim Absorberkühlschrank, dieses Kühlsystem, da ja. Weil wir haben in diesem Absorberkühlschrank ein Gemisch von Ammoniak, Wasserstoff, Wasser, teilweise Helium und Chromat. Und Ammoniak greift ja Buntmetalle an. Also hier beim Kompressor habe ich eine Kupferwicklung drin, das ist ein Buntmetall. Ich habe Aluminium, die würden zerfressen werden. Und diese Absorberkühlsysteme, die sind komplett aus Stahl, also Eisen, geschweißt und innen nicht behandelt. Nur, Stahl, Eisen rostet ja nicht, wenn es kein Sauerstoff dazu kommt. Nur aus was besteht Wasser? Wasser besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Also ich habe trotzdem Wasser, Sauerstoff im Kühlsystem drin und durch das habe ich eine Oxidation. Wenn ich aber im Kühlsystem noch Chromat zusetze, dann habe ich Chromat, Chrom, Verchromen, habe ich einen Oxidationsschutz von innen her im Kühlsystem. Je mehr, dass ich zusetze, desto schlechter ist der Wirkungsgrad vom Kühlsystem. Und wenn ich zu wenig zusetze, dann habe ich ein Problem, dass im Prinzip der Kühlschrank von innen her rostet. Also das System rostet von innen her. Wenn wir das Kühlschrank dann hier anschauen, den Kompressor auf die Seite stellen, Das System rostet von innen und das Kältemittel, also das ganze Gemisch sammelt sich hier in diesem Sammler. Es geht hier runter und hier wird es gekocht und es geht oben rum. Durch das habe ich eine Zirkulation, aber wenn das System rostet, was jedes macht, ist nur eine Frage der Zeit, dann habe ich eine Oxidschicht, also den Rost, der sammelt sich, sammelt sich irgendwann in diesem Bogen hier unten. Dann, sieht man es nicht, hier, diesen Bogen hier unten, das habe ich auch bei dem Kühlschrank, der einfach größer ist. Und wenn ich jetzt das System auf den Kopf stelle, habe ich den Rost hier und das Rost bewegt sich wieder ins Kühlsystem retour. Die eine sagt, ich muss da noch ein bisschen schütteln, dann bewegt sich dieser Rost ins System retour. Ich drehe den Kühlschrank wieder um und dann habe ich den Rost wieder im ganzen Kühlsystem verteilt. Ich lasse den wieder laufen, das heißt, hier heizen, das gibt ein thermisches Gefälle, zirkuliert das System. Aber es ist dann offen und es geht nur eine gewisse Zeit, bis der Rost wieder sich hier unten sammelt. Und wenn er sich da unten wieder gesammelt hat, dann ist das System wieder zu. Dann könnt ihr den wieder auf den Kopf stellen. Und weil es ja dann immer weiter rostet, wird es immer mehr Rost im System drin haben. Und dieser Prozess, bis er dann wieder kühlt, wird immer kürzer. Ja, das ist das Absorbersystem, was hier auf den Kopf gestellt werden kann und dann funktioniert es wieder. Ja, es geht, aber es geht dann immer kürzer. Statt diesem Kühlschrank hier, das ist ein Kühlschrank aus dem Bus. Der hat 150 Liter hier im Minibar-Sektor, also im Haushalts-Sektor oder im Netzstrom-Sektor. Ihr könnt das in einem Minibar auch in den Schlafzimmer stellen. Ist absolut geräuschlos, das ist der große Vorteil. Da sind die Geräte nur noch bis 60 Liter erlaubt, also 60 Liter Volumen. Und hier im Wohnwagen-Kühlschrank, da ist das noch erlaubt, ohne Beschränkung. Also ihr könntet eigentlich so einen Kühlschrank hier auch in die Wohnung stellen, auf 220 Volt betreiben. Bei diesem Kühlschrank, Minibar-Hotelzimmer-Kühlschrank, ist es verboten, ab 50 Liter Volumen. Punkt. Gesetze der EU oder sonst irgendwem. Als Alternative gibt es hier zum Beispiel einen Kompressorkühlschrank, den verlinke ich euch hier, der die gleichen Abmessungen hat. Der Vorteil ist, er kühlt auch wenn er schräg steht, wenn er bewegt wird, wenn es über 35 Grad hat. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch einen Kühlschrank.